so dann doch mal wieder hallo und herzlich willkommen bei eurem sensei so es ist mal wieder zu weit für einen kleinen vlog und ja es gibt mal wieder news ich bin nämlich schon wieder in der woche nicht da ich bin schon wieder im urlaub ja sagt was ihr wollt ich gehe nämlich auf abifahrt nach ungarn das kann ich euch gerade noch mal zeigen hier ballad und hotel shiofok sieht ganz nett aus ist ja eh mehr oder weniger eine partyreise und klar in dieser zeit folgen von mir keine videos ich weiß nicht ob robert welche macht das werden wir sehen sonst möchte ich euch ganz 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 herz legen meine clan mails mal zu besuchen weil die regelmäßig videos hochladen und nach dem urlaub komme ich natürlich auch wieder mit videos auf euch zu schaut einfach mal wieder rein bis dann macht's gut haut rein und ein schönes grüßel aus dem schworbe ländle